Mila, stell dir vor, es gäbe keinen Nomen auf der Welt. Wie würden wir dann wohl sprechen? Lass uns ein Experiment machen. Oh ja, was für eins? Ich lese dir einen Text aus der Zeitung vor und lasse die Nomen weg. Und wir schauen mal, was passiert. Okay, schieß los.